Die Letzebäuer Hölle und Ukraine geht 4 Euro, nachgedacht dringend gebraucht. Der neue Kamin hat Höllevsmaterial von Lützeburg aus Richtung Ukraine fortgeführt. Der Kamin bringt drei andere Paletten medizinischen Materialen. Zwei Spädiele und steht Poltav in Karlivka. Das ist eine gemeinsame Höllevsaktion von der Caritas, der Partner wie Santé-Service, Pharmaciens Sans Frontières, der Assoziation L'Ukraine, der Post, der Fondation Lions, an dem Lions Club Xenium. Echt Maschinen für wunderte Versuche sind dabei. 39'000 Spritzen, 18'000 Insulinspritzen, 700 Verbände weiter medizinischem Equipement. Material wird Teil des Kontoir-Pharmastik an dem CGL gespendet, wobei auch Privatdien noch immer nötig sind, für solche Hilfsprojekte zu unterstützen.